Pandora First Contact heißt dieses Spiel und herzlich willkommen zum Let's Play dazu, zu dem ich auch schon ein Review gemacht habe in drei Teilen. Hier ist der Link auf den ersten Teil. Das, was ich dort erzählt und erklärt hatte im Review, also einen Überblick über die wichtigsten Spielfeatures und auch einen Kommentar zur technischen Qualität des Spiels, das alles werde ich hier nur sehr, sehr eingeschränkt in dieses Let's Play machen. Man kann es ja mit der Doppelberichterstattung auch übertreiben. Fangen wir lieber gleich an, starten wir eine neue Partie, eine Einzelspielerpartie und da gibt es eine Reihe von Einstellmöglichkeiten, bei denen wir Entscheidungen treffen müssen. Zunächst einmal, welche Fraktion wir spielen möchten. Ich würde gerne damit starten mit der Solar-Dynastie. Eine ziemlich fiese Fraktion, kann man nicht anders sagen. Kein wahrer Sympathieträger, passt insofern eigentlich nicht richtig zu mir. Massive Boni durch Arbeiter, die Industrieprodukte erzeugen, die also Gebäude bauen oder Einheiten in den Städten. Ein Gratis-Former, also eine Gratiseinheit für Geländemodernisierungen und ein tüchtiger Wachstumsschub von 25%. Die Bevölkerung wächst schneller. Das sind schon deftige Boni, die aber, wie üblich bei dem Spiel gekoppelt sind mit einem Malus und der ist auch nicht von schlechten Eltern, 50% mehr Umweltverschmutzung. Klingt viel, ist doch relativ viel. Da müssen wir uns im Spiel dann tüchtig drum kümmern. Die Hintergrundgeschichte dieses freundlich blickenden Herren, die fasse ich nur, die gebe ich nur ganz, ganz kurz wieder. Vielleicht haben wir später Zeit, uns das etwas genauer anzuschauen. Das ist der Ministerpräsident eines totalitären Staates, dessen Oberhaupt er ist und der mit einer Flotte von Raumfähren viele, viele der Besatzungsmitglieder-Klone von ihm selber aufgebrochen sind, hierhin nach Pandora im Wettrennen mit den anderen irdischen Fraktionen, um diesen fernen Planeten zu besiedeln, während zu Hause auf der Erde alles kunterbunt drüber und drunter geht. Weltgröße. Wir können Zufallskarten hier auf einer Zufallskarte spielen. Hier sind die Skripte, die zur Auswahl stehen. Archipel, Kontinente, Pangea. Ich spiele mit den Kontinenten. Das ist ein guter Kompromiss. Es gibt zwei, drei Kontinente, zusammenhängende Landflächen und auf denen verteilen sich die Fraktionen. Weltgröße klein. Klingt ein bisschen publik, wenn ich für mich alleine spiele. Ohne Let's Play, dann wähle ich eine größere Welt, aber wir wollen ja auch zügig durchkommen. 32 mal 32 Geländefelder. Und von den sechs menschlichen Fraktionen, die im Spiel sind, sind hier nur fünf. Das heißt, wir und vier andere, eine wird nicht ausgelost werden. Schwierigkeitsgrad, da gehe ich mal tüchtig hoch. Auf schwer. Der mittlere Schwierigkeitsgrad wäre leicht. Da ist alles fein ausbalanciert. 50-50. Aber bei schwer, da genießt der Computergegner die KI-Fraktionen. Ordentliche Moralvorteile. Was das ist, schauen wir uns im Spiel an. Den allerhöchsten Grad wähle ich mal nicht. Für ein Let's Play reicht, finde ich, auch der zweithöchste aus. Das ist eigentlich schon genug, um ein bisschen anzugeben. Alien-Aggressionen mittel. Das heißt, das bestimmt, wie aggressiv die Aliens gegenüber allen Fraktionen auftreten. Spielgeschwindigkeit normal. Okay. Können wir loslegen. Ich klicke mal kurz auf Erweitert und zeige euch, dass alle drei Siegoptionen aktiviert sind. Ich vermute mal, angesichts meiner Spielweise, dass es eher zu einem Auf-Ein-Militär-Sieg hinauslaufen wird. 75% der Bevölkerung auf Pandora, die müssten wir kontrollieren, sprich so viele Städte einnehmen. Oder so viele Städte vernichten, der Gegner, dass wir entsprechend gut dastehen. Und das Intro, ich glaube, das überschlage ich mal, denn das hatte ich euch schon einige Male gezeigt, im Review beispielsweise. Da starten wir. Da sehen wir uns nochmal, den Ministerpräsidenten Xi oder Xi. Ich bin leider in Chinesisch nicht ganz so fit. Mein Schulchinesisch verlässt mich gerade. Kann schon mal passieren, finde ich. Und da wollen wir uns mal anschauen, was uns das Programm hier an Startpositionen zugelost hat. Und ich bin durchaus, durchaus zufrieden. Das ist ja übrigens in Hexfeldern. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, das kann man auch so ganz gut erkennen. Und das hier unten, das ist ein Observationsturm. Der bringt plus 50% Forschung, wenn in einer Stadt Forschung betrieben wird, durch Wissenschaftler. Ein guter Bonus. Gefällt mir gut zum Einstieg. Was haben wir hier sonst an Geländefeldern? Erstmal, es ist bitterkalt, klar. Irgendwann in Polen sind wir hier. Nahrung können wir uns holen über diese Gewässer, über die Meerkfelder. Das ist okay. Und das ist auch ganz wichtig. Hier in der zweiten Reihe gibt es Mineralienfelder. Das sind ja die beiden Ressourcen, die die Planetenoberfläche hergibt. Das ist Nahrung und Mineralien. Ich gehe mal mit dem Kolonialsoldaten hier ein bisschen auf Erkundung. Ich glaube, vielleicht... Und mit dem Forma ziehe ich mal eins da links. Ah, da ist eine Ruine. Die werden wir uns gleich erkunden. Ich überlege allen Ernstes, ob ich nicht vielleicht die Stadt lieber hier erkunden soll. Da sind wir zwar etwas weg von diesem Observatorium. Das heißt, wir brauchen acht Bürger erstmal in unserer Stadt, bis wir das erschließen können. Das ist ein bisschen doof. Aber wir sind wirklich händeringend darauf angewiesen, hier Mineralien zu erzeugen, um anfangs Einheiten zu bauen, mit denen wir Expansion betreiben können. Andererseits ein bisschen Forschung ist auch nicht schlecht. Schwere Entscheidung. Ach hier, die Wälder. Das sind ja Hügel. Da können wir auch die Wälder roden. Dann haben wir hier auch schon mal Hügel. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Okay, ich bleibe an Ort und Stelle. Und gründe eine Stadt. Da ist sie. Unsere erste Kolonie. Eine großartige, ein großartiger Tag für die Menschheit. Meldet das Fenster und genauso fühlen wir uns auch. Und naja, so großartig sieht unser, unser erster Ort aus. Der auf den Namen, ganz schwer zu erkennen. Rote Schrift, Dunkelrote, so ein Zuhört. Ich glaube, den werde ich mal umbenennen. Vielleicht gleich nach mir. Wer bin ich denn? Bin ich Riding Bull oder bin ich Xi? Schwere Entscheidung. Nein, das ist natürlich eine Wissenschaftsstadt. Und wer ist der größte kriegerische Wissenschaftler aller Zeiten? Oh, vielleicht doch so ein Xi, oder? Na, wer ist denn irgendwie ein ganz großer General oder jemand? Ach, ich weiß. Der größte Geister aller Zeiten. Napoleon. Nach dem benennen werde ich Stadt natürlich. Ich komme auch immer noch umbenennen. Napoleon. Ja, ich bin ein kleiner Mann, der zu großen Namen neigt. Forschung auswählen. Das ist der Forschungsbildschirm. Immer eine Überraschung bei Stadt einer Partie, weil dieser Tech-Tree, dieser Forschungsbaum in jeder Partie zufällig ausgewürfelt wird. Hier würde ich gerne hin. Ein Kolonieschiff der Montage bringt schon mal ein paar gute Startboni. 20 Nahrung, 20 Mineralien geschenkt. Wichtig werden auch die Startbauten. Hier zum Beispiel Agrikulturanlage. Für die Nahrungssteigerung ist das wichtig. Das ist ganz wichtig. Hier Seetransportlogistik für die schnelle Erkundung auf der See. Das gefällt mir auch ganz gut. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Raffinationsanlage. Ich glaube, am wichtigsten ist erstmal hier die Seetransportlogistik. Dann können wir nämlich über die See rasch erkunden. Das geht viel schneller als über Land. Damit wollen wir mal anfangen. Und in der Stadt selber sind unsere Bürger wie beschäftigt im Beruf des Wissenschaftlers. Da wollen wir erstmal hier einen Kolonialsoldaten als Einheit einstellen. Den wollen wir hier entwickeln. Acht Runden dauert das. Das ist natürlich langer. So wären es nur vier. Wir wollen ja schnell erkunden. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Dann gehen uns aber rasch die Mineralienvorräte weg. Dann werde ich mal eine Runde lang hier über das Startfeld zwei Mineralien erzeugen. und in der nächsten Runde dann auf diesen einzelnen Bürger in den Beruf des Arbeiters stecken. Okay, weiter. Jetzt können wir weiter vorziehen. Mit dem Forma gehe ich auch schon mal auf Erkundung. Kann er ruhig machen. Und mit dem Kolonialsoldaten ziehe ich er rechts rüber. Und jetzt können wir, glaube ich, hier schon anfangen, in den Beruf des Arbeiters zu stecken. Ja, klappt bestens. Super. Eine Runde weiter. Wollen wir mal schauen, was in der Ruine steckt. Und was steckt hier? 13 Mineralien. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Weiter erkunden. Und ziehen wir mal hier ein bisschen vor Richtung Nordosten. Und hier ziehen wir Richtung Osten zu dieser anderen Ruine hin. Okay. Hier ziehen wir rein. Und bekommen zwei Einheitenränge, Erfahrungspunkte quasi. Hätte noch ein bisschen mehr sein können. Was sehen wir hier? Den ersten Alienbau. Schaut mal hier. Das sind diese einheimischen Lebensformen. Sind anfangs nicht aggressiv. Sind auch relativ kampfschwach, wie ihr seht. Die haben nicht mehr als maximal zwei Kampfstärkepunkte. Zumindest die, die aus diesen Bauten immer herauskommen. Es gibt auch andere, größere, stärkere, die herumlaufen. Aber anfangs sind die ohnehin keine große Gefahr. So. Und mit dem Forma. Tja. Wohin ziehen wir mit dem? Hier. Hier seht ihr auch noch andere Aliens. Das hier. Die sind auch nicht so stark. Skites. Ziehen wir mal hier ein bisschen entlang. Okay. Weiter. Ja, über Wald sind wir relativ langsam unterwegs. Das ist nicht so toll. Aber ich mach's mal trotzdem. Oh, das war jetzt nicht so clever. Da ist unser erster Kolonialsoldat, den wir selbst erschaffen haben. Und jetzt gehe ich auch mal mit dem los, Richtung Erkundung. So, die Stadt Napoleon hat ihren ersten eigenen Kolonialsoldaten. Geringfügig ist unser Haushalt jetzt im Defizit. Die kosten ja Unterhalt. Ein Credit pro Runde ist nicht allzu viel. Können wir uns eigentlich leisten. Und 3 mal 3 sind 9. Wir haben doch genug Mineralien da. Ja. Ziehen wir los. Okay. Ziehen wir auch mit dem los hier. Mit dem hier Richtung Süden. Na, das macht nicht viel Sinn. Ja. Das ist ja alles außer Mau. Das ist einer von diesen Riesen, von denen ich erzählt habe. Dieser überstarken Alien-Einheiten. Ein Garlet. Goliath hätte er auch heißen können. 8 Kampfstärkepunkte. Ganz schön viel. Aber ziehen wir hier mal weiter. Ah, da ist die nächste Ruine, die wir gleich erforschen können. Ja. Über das Gebirge ziehe ich nicht. Ein Gebirge kostet gleich 2 Bewegungspunkte. Und mit dem hier sich dann mal hier Richtung Norden. Und ich glaube, den Forma, den werde ich jetzt doch mal hier zurückbewegen. Oder? Nee, noch nicht. Doch gehe ich mal ein bisschen mit dem mit dem auf Tour. Tja, wohin? In einer Runde haben wir auch die die Seetransport-Logistik. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hier diese Ruine uns gibt. Ah, das ist schön. Eine Xenomorph-Drohne. Sprich, wir haben jetzt wie im Schneeball-System eine weitere Einheit. Eine einheimische Lebensform, die sich uns anschließt. Und damit haben wir auch eine eigene Einheit für Erkundung. Und das heißt übrigens, die können über solche Pilze, über diese einheimischen Pilze, drüber gehen, ohne dass sie dabei Schaden erleiden. Die eigenen Einheiten, da passiert das leider. Und die werden durch die auch nicht ausgebremst. Und mit dem hier ziehen wir Richtung Süden. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, der hat automatischen Bewegungsbefehl. Das wollte ich ja gar nicht. Und mit dem ziehe ich mal ein bisschen vor. Hier die Ruine, die werden wir uns im nächsten Zug holen. Dann können wir nämlich die Seetransport-Logistik freischalten. Okay. Und, äh, naja, das ist alles, alles mau. Warten wir mit dem auch mal eine Runde ab. Und schauen wir uns jetzt mal die Stadt von innen an. Ein, ah, wir haben einen neuen Bürger. Und, ähm, wie wollen wir den, den einteilen? Natürlich im Beruf des Mineralminenarbeiters. Dann können wir nämlich weiter expandieren. Und wie expandieren wir? Ja, ich glaube, wir könnten uns schon einen Kolonisator leisten. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich werde doch erst mal ab der nächsten Runde auf Forschung gehen. Aber jetzt noch nicht. Klicken wir mal auf Kolonisator. Wie viele Einheiten haben wir jetzt zum Erkunden? Wir haben vier Einheiten. Das reicht eigentlich zum Erkunden aus, finde ich. Man kann es auch übertreiben. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf See zu erkunden. Und das geht ganz simpel. Schaut mal. Einfach ins Wasser ziehen. Kann jeder. Können selbst wir. Und ich werde jetzt wiederum mit dem Forma auch mal hier Richtung Südosten ziehen und mit dem mal zurück zur Stadt ziehen. Und, oh, was ist denn das hier oben? Habe ich das eben übersehen? Tatsächlich, da ist eine Ruine und ich habe die übersehen, da hinzuziehen. Unfassbar. Das holen wir jetzt aber gleich mal nach. Oh. Wir haben unseren ersten Rivalen getroffen. Direktor Eric Preston. Mal schauen, was das für einer ist. Der ist genauso... Ne, wir sind militärisch viel stärker als er. Ja, kein Wunder, wir haben so viele Starteinheiten gebaut. Was aber nicht heißt, dass wir in Russen könnten. Glaube ich nicht. In meiner Erfahrung ist das ausgesprochen schwierig. Erzeugen viel mehr Forschungspunkte. Aha, toll, super. Na ja. Was stellen wir mit ihm an? Wir haben etwa eine gleichstarke Wirtschaft. Dann mache ich mal mit ihm erstmal einen Nichtangriffspakt. Ja. Denn wir haben ja unsere Stadt unbewacht. Kann nicht schaden. Offene Grenzen machen wir auch. Und jetzt bieten wir ihm noch das Teilen von Karten an. Aha, jetzt wissen wir etwas mehr über die Welt. Und jetzt bieten wir ihm noch an... Na, wo haben wir es denn? Ach, ich wollte ein Wirtschaftsabkommen mit ihm noch machen. Ist das denn gar nicht möglich? Oder habe ich das übersehen? Ganz oben. Ja, ein Handelsabkommen. Macht er ebenfalls. Schließen wir. Und... Ja, lohnt sich fast noch nicht, aber verstärkt die guten Beziehungen zu ihm. Wir wollen ja den Zeitpunkt des Krieges gegen diesen Rivalen selbst bestimmen. Wir wollen nicht überrumpelt werden, dadurch, dass er uns angreift. Darum wollen wir uns schon selber kümmern. Okay, Forschung auswählen. Was kommt als nächstes? Ich glaube, ich gehe mal hier auf die Raffination. Das mache ich. Dann können wir nämlich hier die Mineralien, das Mineraliengebäude bauen. Okay. Und hier ist jetzt unser... unserer Xenomorph-Drohne. Kann die hier hinziehen? Nein, die kann ich da drüber hinwegziehen. Ah, ich ziehe die hier hin. Dann kann die da drüber ziehen zur Ruine. Sehr schön. Da entdecken wir gleich die nächste Ruine. Und... Ähm... Der... Der kann gar nicht ziehen. Nein. Eine Runde weiter. Er lobt uns. Ja. Das akzeptieren wir natürlich. Finden wir ja klasse. Einleiten, befehligen. Ziehen wir erst mal mit dem hier... Ah, das hat der Gegner auch vor. Schaut mal. Er will auch mit dem Boot da draufziehen. Das sind wir schneller. Ja, 75 Credits. Das ist in der Startphase. Nicht von schlechten Eltern. Ich ziehe mal quer rüber, um die Landenge da links oben zu erkunden. Und mit dem Forma wiederum... bewege ich mich hier hin. Zur Stadt zurück. Was haben wir jetzt? Plus zwei Einheitenringe. Naja. Und... Ähm... Hatten wir den hier schon gezogen? Nein. Noch eine Xenomorph-Drohne. Das ist schön. Das ist wirklich klasse. Dann ziehen wir mit der ins Wasser rein. Und mit dem ziehen wir... erkunden wir mal... das Meer hier im Westen. Und halten mal Ausschau... ob wir nicht irgendwo... weitere Ruinen entdecken können. Der Kolonisator braucht 10 Runden. Mineralien sind fast alle. Und wir müssen noch Mineralien hier ansparen. Geht ja leider nicht anders. Und ähm... Und ähm... Ich ziehe mal mit dem hier hin... und baue eine Mine. Und hier... Ah, da ist die nächste Ruine. Sehr schön. Und mit dem Kolonialsoldaten... den schicken wir auch ins Wasser. Und... den... wohin schicken wir den? Raus aufs Meer natürlich. Schön weit... raus aufs Meer. Und äh... Und äh... Was machen wir mit dieser... Drohne hier? Aufs Meer. Ah, sehr schön. Da ist die nächste Ruine da links. Die Stadt Napoleon ist gewachsen. Ein Bürger, ein Beruf des Bauern. Ja, ist wahrscheinlich unumgänglich. Wo arbeitet der eigentlich? Ach hier, auf dem Wasser natürlich. Oder kann man hier... Kann man auch machen. So klappt's auch. Ein Arbeiter, zwei Minenarbeiter. 19 Nahrung. Das dauerte ewig. Dann können wir den Kolonisator zügig bauen. Machen wir. Okay, weiter. Und er bietet uns ein Forschungsabkommen an. Lohnt sich das für uns? Nein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich mach's mal. Den Gegner, mal. Den unmittelbaren Rivalen stärken. Ich weiß es nicht. Bringt auch anfangs gar nicht so viel. Nee, ich lass es mal sein. Oder verlange Bezahlung. Erweckt Bezahlung? Wie viel hätten wir denn gerne, ha? 11 Credits, 17, 23, verlangen wir mal 11. Na, mach ich denn nicht. Einheiten befehligen. So, sehr schön. Und die Ruine hier wird erforscht. Ja, zwei Einheitenringe. So, mit dem hier ziehen wir raus aufs Meer. Und entdecken, ah, eine ferne Küste und eine Ruine, wie ihr seht. Sehr schön. Hier geht's ebenfalls. Ah, sehr schön. Da kommt gleich die nächste Ruine. Hier kommt eine. 22 Forschungen. Das ist cool. Damit haben wir nämlich eine Forschung gleich zu Ende erforscht. Ganz hervorragend. Wir können jetzt gleich die nächste einstellen. Und dann gehe ich mal hier drauf. Kolonialschiff, Kolonialschiff, Demontage, oder Kunstdünger. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Vor allem aber suche ich... Was haben wir denn sonst noch hier? Ich suche die Technologie, mit der man ein Forschungsgebäude bauen kann. Autsch. Irgendwo weit und breit. Damals Pech gehabt. Kann ich nicht entdecken. Hier ein weiterer Gratiskolonisator gibt es über Kolonisierungseifer. Das ist jetzt aber blöd. Weit und breit. Oder habe ich die übersehen? Weit und breit nicht. Das ist jetzt blöd. Damals richtig, richtig Pech. Da müssen wir... Wie gut, dass wir diesen Observations... Observations-Turm haben. Den müssen wir dann wirklich gut nutzen. Mhm. Ja. Dann gehe ich mal hier auf die Kolonialschiff, Demontage. Okay. Und hier ziehen wir jetzt... ...in den Norden. Okay. Und ich glaube mal, wenn wir den Kolonisator fertig haben... ...kann ich dann schon mal einstellen. Dann gehe ich mal hier auf diese Raffinationsanlage drauf. Ha. Sehr schön. Eins. Zwei. Ein bisschen gucken. Drei. 68 Credits. Fein, fein, fein. Eins. Zwei. 16 Nahrung. Naja. Oh. Der schickt auch seine ganzen Einheiten jetzt ins Wasser. Zwei Kolonialsoldaten. Oh, ihr seht wirklich, wie relativ klein die Karte ist. Schaut mal. Jetzt stoßen wir schon... ...hier auf den anderen Kontinent, den wir gerade von Norden entdeckt haben. Auf den entdecken wir jetzt von Süden. Hm. Eins. Schicke ich auch mal ins Wasser. Und weiter erkunden. Ah, sehr schön. Die nächste Ruine und... ...wer lernt jemand kennen? Die Advokatin Vivian Garadini. Das sind die Öko-Paxer. Ich hoffe, Paxer. Öko sind sie zumindest. Und da wollen wir doch mal schauen, wie die im Ranking dastehen. Ganz schwaches Militär. Brav. Durchschnittliche Wirtschaft. Schwach in der Forschung. So, so. Tja, nicht Angus-Pakt. Ja. Das wollen die natürlich alle. Kein Wunder. Wir sind ja in der Zeit noch militärisch weit überlegen. Noch, weil wir ja eigentlich gar keinen weiteren Einheiten bauen. Die offenen Grenzen bieten wir an. Und das Teilen von Karten. Okay. Und ein Handelsabkommen. Müsste ganz oben wieder stehen. Ja. Okay, alles abgemacht. Wir wollen uns mal anschauen, wie hier die... Ach. Wie hier die Gegend aussieht. Na, viel erkundet haben die ja wirklich noch nicht. Schwach, 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 schwach. Eine Stadt, so viel wie wir. Ah. Ach, ich glaube, ich werde jetzt doch mit dem hier mal ein Forschungsabkommen abschließen. Mit unserem Nachbarn. Und bringt uns das was? Nein. Aber vielleicht in Zukunft. Das wächst ja dann an. Nochmal 63 Credits durch diese Ruine und durch diese hier. 20 Mineralien. Und mit dem hier ziehe ich jetzt hier ebenfalls mal weit raus ans Meer. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt. Und mit der Einheit hier bin ich ebenfalls fest der Meinung, dass es auf dem Seeweg einfach schneller vorangeht. Und, ähm... Ah, nein, das ist nur ein Observationsdome. Ich dachte schon, da wäre eine Ruine. Ach, da ist aber auch eine Ruine. Wollen wir uns im nächsten Zug. Der Forma hat jetzt hier eine Mine gebaut. Sehr schön. Viel mehr kann der im Augenblick gar nicht machen. Ich könnte allerdings schon mal anfangen, das Umland zu kultivieren. Dauert nur 21 Runden. Dann werden wir die Bevölkerungszahl 8 haben, bis die Gebirge hier freigeschaltet sind. Aber immerhin lohnt sich dennoch, denke ich mal. Also ziehen wir mit dem mal hier hin. Und mit dem Kolonialsoldaten in seinem schicken Transporter ziehen wir noch ein bisschen hier die Meerengen entlang. Und hier und da und dort. Und, äh... Hm. Auch hier ziehe ich erst mal die Küstenlinien entlang. Ach, ich bin schon neugierig. Ich hätte gerne gewusst, wie die Küstenlinie hier komplett aussieht. Hm, sehr aufregend. Hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Fahrt Richtung Westen. Mit dem hier fange ich mal an, eine Straße zu bauen. Weil, ich denke mir, mit dem nächsten Kolonieschiff, pardon, mit dem nächsten Kolonisator, den wir haben werden, da werden wir natürlich irgendwo im Norden eine zweite Stadt gründen. Und auch hier ziehen wir jetzt... Ah, sehr schön, da ist eine Ruine. Und was bekommen wir? Noch zwei Einheitenränge. Und wir lernen noch jemanden kennen. Ah, die ist schnell grimmig. Mit der hat man schnell Krieg. Lady Lilith Vermillion. Eine ganz skurrile Hintergrundgeschichte. Habe ich mir mal im Handbuch durchgelesen. Erzähle ich euch vielleicht gelegentlich mal. Schauen wir uns mal an. Also es sind halt religiöse Fanatiker. Und zugleich Leute, die voll in den sozialen Netzwerken verankert sind. Die hat sich quasi ihre Privatreligion zusammengestrickt. Aus all dem, was angeboten wird an Kunstreligionen in dieser Welt. Und hat die halt mit sozialen Netzwerken publik gemacht. Und glaubt mittlerweile in ihre eigene Göttlichkeit. Diplomatie. Militärisch auch eher schwach wirtschaftlich. Hier können wir das Standardprogramm machen. Okay, wollen wir mal das Standardprogramm machen. Nicht-Angriffspakt. Ja. Handelsabkommen. Ja. Teilen von Karten. Ja. Hat fast nichts gebracht. Und, äh... Ah, Forschungsabkommen nehmen wir mit. Möchte sie nicht. Das ist ja interessant. Aha. Na, dann halt nicht. Bitte sehr. Unsere Hauptstadt Napoleon ist gewachsen. Das ist auch deshalb ganz gut, weil nach wenn der Kolonisator fertig ist, dann werden wir einen Bürger abgezogen bekommen. In vier Runden haben wir den nächsten Bürger. In fünf Runden ist der Kolonisator da. Na, wenn das nicht ein gutes Timing ist. Das ist doch fast schon ein optimales Timing. Behaupte ich einmal, oder? Wie seht ihr das? Ich denke schon. Das war die erste Folge. Geht ganz schön zügig. Bin gespannt, was die zweite Folge bringt und ob ihr dann auch dabei sein werdet. Ich will schwer hoffen, denn ganz alleine einen fremden Planeten kolonisieren und regieren, macht nicht ganz so viel Spaß, wie wenn man ein paar nette Leute an seiner Seite hat. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 5-2-2-2-3-2-2-4-1-4-4-3-10-8-%-saideranium. Ich will vor